Hey Leute und willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal eine Challenge mit meiner Schwester. Und ja, sag mal hallo. Hi Leute. Sie redet mir ein bisschen nicht so gut, wie ich mag. In der Challenge geht es eigentlich nur darum, dass wir uns immer abwechseln, dass wir runterspringen und damit, wer den wenigsten Schaden bekommt, der hat gewonnen. Okay. Jetzt geht es ab nach unten. Meine Schwester, komm mal wieder her. Darf ich jetzt hinstellen und zugucken. Und let's go. Sobald einer irgendeine Stelle berührt hat, darf man stoppen oder man darf weitermachen. Das ist einem überlassen. Ich habe berührt. Ich habe gestoppt. Oh, sieben Knochen. Na, das muss sie mal probieren. Zu toppen. Okay, jetzt versuche ich es mal zu toppen. Ja, ich hoffe, ich nehme es überhaupt aus. Äh, lol. Wo ist Stopp, wo ist Stopp? Stopp ist da oben. Stopp ist da oben. Jetzt füllen. Gut, Leute. Wer sich übrigens fragt, wo die Knochen angezeigt werden, hier oben. Da wird es angezeigt. Oh. 82, das ist nicht wirklich gut. Äh, äh. Da bin ich Strand. Waggeli, Waggeli. Äh, fly. Oh, oh. Sieht gar nicht gut aus. Juuuuh. Habe ich gestoppt? Ja. Oh. Wenn ich das knacke, dann bin ich Profi. Ja, 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 ja. Du hast 80. Also, dreh mal bitte nicht rein. Ja, also, sag mal bitte nicht. Okay, ja. Also, hier. Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ach, diesmal. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter sprechen. Äh, ja. Oh, kann ich nicht mehr. Lass runter. Gute Schau. Waggeli, Waggeli. Und, stopp. Habe ich. Äh. 30. Ja. Glückwunsch. Ja. Gut, Leute. Dann probieren wir mal, die 30 zu knacken. Das schaffst du nie. Das schaffe ich locker. Okay, ja, du hattest schon 7. Ja, das stimmt. Oh, das gilt aber noch nicht. Doch, eigentlich geht's. Ich hab mir Knochen gebrochen. Da hab ich mir Knochen gebrochen. Aber hat's gegalten. 12 Knochen. Ja. Das war so, wie es zu knacken. Ich hab's sogar geknackt. Ja, es hat voll geknackt. Trotzdem, dass ich so weit runtergeflogen bin. Das lag so hart, dass du nur mit den Beinen wahrscheinlich den Boden berührt hast. Und ich probier's auch. Waggeli. 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 Leute, wir haben das nicht geschlossen. Jetzt einmal kurz Plätze tauschen. Ja, zieh auf jetzt. Okay, ja, Leute, jetzt bin ich dran. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, ich knack das mit den 24. Waggeli. Ich würd sagen, was ist die letzte Runde, Leute? Ah. Geknackt. Okay. Also, Leute, ich würd sagen, das war's mit der Vollkampf-Challenge. Der Gewinner steht eindeutig fest. Ich hab gewonnen mit sieben. Nein, ich hatte sieben. Halt mindestens. Ach. Mein kleinster Wunsch war sieben. Da hab ich gewonnen. Sie war nur im Leichen hinterher mit zehn. Also, der erste Platz geht an mich. Nee. Lasst dafür, dass ich gewonnen habe. Lasst dafür an mich. Und der letzte geht an niemand. So, Leute, vergesst nicht zu abonnieren. Und die Glocke zu aktivieren. Und ein Kleinkatz zu lassen, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Also, haut da rein, Leute. Ciao, ciao.